ja hallo leute und jetzt kommt zu let's play selection of the ocarina of time mit mir ich weiß warum ich das sage aber ich glaube ich gewinne mal so eine allgemeine begrüßeform an dass ich meinen namen anfang sage machen so viele und ich denke mir das sollte auch und sie sind immer noch im feuertempel letztes mal kam ich nicht weiter da habe ich den letzten schlüssel nicht gefunden jetzt weiß ich endlich die lösung und ich werde sie euch auch gleich näher bringen denn das ist er hat das beste daran ich will ja alles zeigen ich werde nicht nur hier spielen und dann sagen so und so habe ich das dann damals gemacht aber ich kann das jetzt nicht zeigen weil ich da schon wieder weg bin so was macht der da ok link nach manche ich bin ja hier feuerfest theoretisch er kriegt gleich ein schaden ja theoretisch für nicht wasser wasser feuer fest weil wegen ist so ne weifleder maus die kriegt mich bestimmt noch oder so meine feuerfest wegen dem kronanzug ach gott ich habe schon so lange mehr gezockt legen wir mal kurz die ocarina zur seite speichern ab und es hieß ja dieser ding ist so hier ist ein komischer sound ich dachte braucht man hammer oder so für aber es geht auch viel einfacher wie ich jetzt erfahren habe und dahinter befindet sich der letzte schlüssel die mir 67 am suchen waren und ich nehme hochkommager und zittern und ich nehme es jetzt auch selber mit ocarina of time auf mit explizit verplantes reden so die qualen haben ein ende ich bin frei lass mich dir als sang dafür etwas verraten ok einige scheitern dieses tempel lassen sich nur mit gewalt aktivieren das relikt der grun kann dabei hilflich sein gut zu wissen und das relikt der grun soll auch in diesem tempel sein gott weiß ich gar nicht mehr und wir haben den schlüssel halten da das ist nämlich müssen die grun befreien so kriegt man die schlüsse nicht ich dachte immer die kammer auslassen aber anscheinend nicht so jetzt können wir davon nämlich weitergehen ja nicht ist cool so ach gott er wenn ich mich an der stelle hier letztens erinnere naja die war ganz gut hier genau hier hier bin ich links rein gesprungen und da kam ich dann nicht mehr raus keine ahnung ob das ein bug war oder wirklich gewollt aber jetzt müssen wir hier hoch wieder so über uns ist nämlich direkt wieder hier so ein schönes gitter wo muss ich gleich drauf stellen naja ich höre schon wieder viel ich bin eigentlich lieber ach sie sind das hier guck mal kann man ja bequem hier mit zum glück aber auch so mist viecher steht mir nicht im weg rum wenn ich hier rechte und er kommt wo ist der schwer bestimmt zehn tonnen aber egal linker nass ja kommen und da fällt er und da müssen wir jetzt drauf und dann passiert nämlich folgendes habe ich letzt mal glaube auch schon gemacht ding dong sechstes obergeschoss so moment ach so ok passt schon so da ist nämlich der nächste grunde schon eingeschwerte wie wir sehen können deshalb wirklich ein schwer wie kommentar denn dran hier ist ein feuer schleim ding sieht man gerade ist schön muss ich bestimmt besiegen oder so ne weiß ich immer lieber mit auf fernkampf ok das geht auch vorsicht jetzt geht es gleich durch durch wand gehen wir auf den weg hier schön besiegt sehr schön ok so gut kamera ausrichten ja ich bin man schon ein bisschen kurz hier angucken vorsicht nein 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 er kann auch noch springen weiß nur am behindern hier warte mal das könnte interessant werden ich glaube das ist so ein fritz mit feuer und so oder oder ich glaube ich muss einfach den hier anschießen nein den hier ok so geht es natürlich auch kurz mal ohrkratzen entschuldigung so was ich habe zeit grenze aber wo muss ich denn hin hatte ich weiß jetzt nicht wo ich eben muss so und schon geht es weiter ich habe das herausgefunden wie das geht wenn man kommt einfach rüber springen ich werde aber wahrscheinlich die paar fehl sekunden rausschneiden und dann werdet ihr euch jetzt wahrscheinlich wunderbar warum ist das labert er oder wie fall schon wir sind jetzt auf jeden fall hier und ich glaube wenn ich nicht wenn es mich nicht alles täuscht hat man die noch ein bisschen ziehen können genau und somit kommen wir dann die kletter wand hoch wo wir auch hin müssen loslegen sie schneller so genau da kommen wir da hoch und dann haben wir jetzt das rätsel lösung quasi schon im sonderpreis bei lidl oder so so ich mache jetzt mal einen ganz einfachen trick beziehungsweise das einfache trick manchmal einfach wahrscheinlich den richtigen weg hier unten ist ja der ding der ding hier und dann kann man jetzt aber aktivieren so ganzen praktisch so wird man schnell sein denke ich habe nur ein paar sekunden zeit genau zack da war auch der richtige weg anscheinend ich nehme jetzt denke mal bis 17 minuten auf ja bis sehr doch bis 17 müsste dann passen weil ich dann drei minuten nur herum fällen war aber egal nun haben wir wieder progress und so ach du scheiße das ist das denn ach du scheiße ok könnte es interessanter werden als erwartet auf jeden fall gehen wir einfach in diese tür rein ja nabi nabi was du benötigst was eine schlüssel online das ist immer lieber schnell weg stein danke so hey du wie geht's dir so schau du mag mich so aha aha hast gesehen hat sich das durch die wand geglitt stuf nein egal ich habe eine bombe verstände war nur eine goldenskultur ja was heißt nur die sind ja eigentlich voll wertvoll und so aber wenn sie uns schon so geschenkt wird nehmen sie doch dreht man mit und am besten weil sowieso die eines kultur wo man eigentlich gar nicht dran kommen konnte aber ich mich irgendwie dahin geglitscht habe so dann müssen wir mal in die andere richtung hat guck mal den kleinen felsen abwarten dämlicher sack scheiße halt haben wir den rhythmus auseinander geschmissen durch den länder geschmissen okay da ist ein beruhende hey peter die korn am ende blablabla da du mich für freitags verrate ich dir ein geheimnis in diesem tempel gibt es türen die dich beim versuch zu öffnen erschlagen sei gewarnt ok moment husten so gut zu wissen wir können diese türen die uns erschlagen wollen erschlagen mit einem hammer nehmen zum erschlagen da ist ob er mit den schluss erhalten wo wir wahrscheinlich in den raum rein können und ich gerade noch dachte scheiße schon wieder schlüsse suchen ja ja ich bin auch total erkältet tut mir leid dass ich so ein bisschen so macht nur so so sehr schön mal schauen hallo ich weiß auch nicht was das gerade war so gehen wir mal vorsichtig rüber ach du scheiße da ganz unten ist sogar wenn ich runtergefallen mir dann wäre ich sogar da geblieben zack an dieser husten so nice nice kumpel hallo der link ist in der hause alter eine riesenruhe das tabu drin ist weil ich ja keine ahnung die labyrinth karte nice war zwar nicht jetzt das was ich erwartet hätte vielleicht ja noch einen schlüssel brauchen so scheiße so was sagt er denn warte mal so also heute auf der gegenüber sich ach so es gibt noch zweiten gefangenen da war nicht der erste ok weil ich in den raum geht es anscheinend ich bin nebenbei ein fails vermeidung ah ja nice ich bin nicht entschieden ich liess hier nur ein bisschen nebenbei ich liess auch nur wenn ich wirklich nicht weiterkomme damit das bisschen flüssig weiterläuft ich denke da ist es auch gar nicht so dramatisch blablabla ich habe mich gerettet ich habe ein geheimnis ich habe auch ein geheimnis du bist nämlich ganz schön offen sagt hast du vorher angefangen zu schwingen dein schwert was oder rolle dich über den boden so löscht euch schneller also wenn ich vorher gefangen habe wenn ich in flammen stehe dachte schon ich soll feuer in glas sperren oder was aber gut zu wissen dass wenn man brennt durch rollen das schneller weg geht und das verschlüsse die wir brauchen noch sehr schön so link ist in der hüse ich mache euch plüsch oh shit oh shit glück habt so nice man ist progress ohne ende heute hier das ist ja wie aufmuchung okay jetzt werde ich nicht mehr witzig okay was ist das denn für ein raum hier warte sieht aus wie so ein boss raum oder so ne ohne witz okay auch shit wirklich boss ja okay ach du scheiße nein na feuer folgt mir oh fuck und jetzt muss ich gleich niesen weißt du nein dammit also kommt die flammen schon wieder an und denken sich guck mal so ne kacke aber okay da war übrigens gerade die truhe mit der labyrinth karte sehr schön so ich denke hier kann unser feuer auch nichts mehr oder okay jetzt kann uns nichts mehr hat hätte uns doch gekriegt wäre ich dann hochgesprungen sind wir in der arbeit sind wir hier oben okay lieber schnell platt machen weil da viel ist todnervig ach du scheiße dass sie wenn das nicht warte hey 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 was los nabi dann ich kann unter uns stimmen von drohen hören ok ok weiter wenn ich runterfall ist natürlich bitter ach guck mal dahin ist wirklich ein gruner aber ich glaube da kommen hier ach link du idiot ha 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 gut leute ich werde dann wieder stelle abspeichern und wir sehen uns in der nächsten folge wieder von let's play so lagen auch selda ocarina of time crime und sony ich mache das mit save point dann brauche ich nicht wieder den ganzen scheiß zurücklaufen gut dass wir jetzt gefallen bis zum nächsten mal macht's gut und Link hast du noch was zu sagen komm Link du hast du bestimmt noch was zu sagen bis dahin leute macht's gut und schau aua f5 und so ja schau lis lose die Bis zum nächsten Mal.